Wie gesagt, ich bin noch nicht lange im Let's-Play-Bereich tätig oder im Streamer-Bereich, erst recht nicht. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen unbeholfen bin ab und an. Okay, da das ewig lang dauert, würde ich sagen, wir machen den... Ah, okay, wenn man vom Teufel spricht. Okay, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal einen Raumjäger-Mod... Teufel, so heißt's ja. Machen wir das erstmal. Damit meine Motivation wieder besser wird. Und dann noch Rebellen, das wird lustig. So, jetzt hat... Ah. Feels like home. Schon besser, ja. Ist das Möglichkeit? Ein Problem weniger. das war nix ich muss ein bisschen ausweichen da ist einer hinter mir noch nicht wo ist er denn jetzt was ist denn der ganze spieler huppala das war aber jetzt knapp eureka ein schiff des imperiums versucht zu fliehen sofort abfangen wir haben gerade ihren transporter abgeschaut eisenstein hat sich dem kampf angeschlossen und und Das war's für heute. Ja, ja, hau dich. Wenn jetzt jemand meckern möchte, dass ich nur Bots abschieße, nee, nee. Auch die kleinen Viecher machen Dreck. Sehr schön. Ich find's immer spannend, wenn man so einen kurzen Moment der Ruhephase hat. In einem doch recht hektischen Spiel. Der Bastard wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Jetzt sind sie alle hinter mir. Auf einmal! BAM! Weg mit dir! Du bist daneben. Troffen. Auch weg. Unser Transportschiff versucht zu fliehen! Beschützt es! Du bist daneben. Ja, danke. Ich bin jetzt hier. Alsir, ich sehe. Oh, 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 oh. 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 Ja, Entschuldigung, wenn ich nicht so viel rede, äh, im Starfighter-Modus bin ich einfach konzentriert. Konzentrierter als sonst. Und obwohl es noch Dots ab zum Schießen gibt, wo sind denn, ah, hier ist einer. Hier ist etwas Feines, Feines. Bäm, weg mit dir. Warum schießen die mich nicht ab? Ich verstehe es nicht. Man fliegt auch noch so weit. Gut. Aber wird jetzt nicht übermütig. Das war knapp. Bäm, weg mit mir. Ich verstehe es nicht. Verstehen die mir nicht. Verlust aus. Oh, tschuldigung! Gut. Gut. Haha! Bam! Bastard! Es ist die Uhr, Bastard! Schon gut. Danke, ist... einer Abschied. Du der Besten. Pro 2 hat sich dem Kampf angeschlossen. Ist die Leute da einfach so zerlegt? Volltreffer! Das war zu einfach. Bäm! Zerlegt, Baby. Scheiße, der ist dem voll reingeflogen. Mann, Mann. Lass die das nicht lernen? Ja, jetzt darf ich auch ein bisschen koscher sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat so viel Scheiße frisst da auf den Bodenkampf wie ich. What haben wir getan? Fette Scheiße. Nice an Gunadass, Mann. Der war echt nicht schlecht. So, ich mache jetzt eine kleine Pause. Eine wohlverdiente Pause. Und ja, wir sehen uns dann in circa 5 Minuten wieder, so wie immer. Wow, das war echt Hammer. Ah, bin ich aufgestiegen? Nee. Nee, bin ich nicht. Aber ich habe wenigstens ein paar Credits gekriegt. Gut. Äh, ja, wie gesagt, 5 Minuten, circa 10 Minuten. Na, 10 Minuten niemals. 5 Minuten auf jeden Fall. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher.